Ich glaube, digitale Gesellschaft ist das ganz wichtige Paradigma, in dem wir im Moment bereits alle leben. Viele haben es aber noch nicht gesehen oder wollen es vielleicht auch gar nicht sehen. Ich glaube, wir werden bald in einer Verschmelzung zwischen Technologie und Mensch leben, die wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Viele wissen schon von Google Glass, von den selbstfahrenden Autos, von den Smart Homes. Ich glaube, das sind Dinge auch in der Robotrik, die die Wissenschaften näher zusammenbringen werden. Wir, die sozial ausgerichteten Forschungen zusammen mit den technischen Wissenschaften. Ich glaube auch, dass die Welt sich dermaßen verändern wird durch diesen Technologieschub. Es wird Verlierer und Verliererinnen und Gewinner geben. Und die Frage, wie sich das ausprägt, ich glaube, das ist die große Zukunftsfrage. Und von daher habe ich das Gefühl, auch mit unseren Forschungen sind wir ein kleines bisschen mittendrin.